Musik 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 Okay, jetzt hab ich Adi Swain Musik 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 Wer ist denn Farid Bang, alter? Musik Davon gibts ein paar Musik 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 Zeutz Weizen und jetzt solche Art Getehm das ist das Event Musik das ist Hörter als der Wind forum quer so Lucas rapons Hallo. Na? Lukas sag mal was. W-h-h-hallo? Hallo? 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 Na? Glaub ich hab Wampi gehört. Ja! Wampi hat auch mal was jetzt. Wampi hat ein Grund was zu sagen. Da müsst ihr mich schreien! Da müsst ihr mich schreien! Das ist richtig. Äh Wampi soll ich dir meinen Funk-Cat-Z-RS geben? Damit du was vernünftiges hast. Guck mal die sind da vorne drin. Ja die Antwort musst du jetzt ausschreien. Ja ich geb dir das gleich mal. Alter ich liebe mich. Ich krieg's meinen Funk-Cat-Z. Ach ich wollt mir nen Kelch holen verdammt. Auf jeden Fall hab ich jetzt Adiru mit. Auf jeden Fall sieht man Twitch wenn er unsichtbar ist. Das find ich niedlich. Ja. Es ist das Event. Mein Bizeps brennt. Mein Bizeps brennt. Was ist mein Bizeps brennt? Der Trill-Kreier alter. Ja natürlich spring da einfach rein. Ich kann's halt. Der Düncher. Oh ich zeig damit die Düncher wie es richtig geht. Du hast bestimmt schon ein bisschen vergasen gespielt oder? Was? Der Taker spielt auch AP. Die sind jetzt alle AP. Ja ja. Geht ab. Heile ich mich mal ne Runde so. AP? Ich kann Mahne mehr abnehmen. Ja das ist der AP drin der denn steht. Sein Wien ist da brennt richtig. Ich muss immer dran denken das ist härter als der Advent. Ja. Ja. Oh der Temo im Bus ey. Das könnten wir verlieren. Ja warum? Ich bin in totaler Schackolaune. Hier Leute den kleinen Vieh hier den Pogo hier befüttern. Den müssen wir füttern. Ja der Kleine ist im Weg. Oh jemand hat den Kleinkatz gefakt. Oh jemand hat den Kleinkatz gefakt. Ich hab gar keinen Keks. Ich hab gar keinen Keks. Wo ist denn das echt kein Keks? Nee ich hab ja von Anfang an diese Kette da. Gut aber wenn du ihn platzen lassen willst brauchst du eh 10 Leute. Und das geht sowieso nicht mit Renga. Weil der keinen Keks hat. Oh jetzt füttern sie den anderen Pogo. Alter die dummen Mist geboren. Es ist härter als der Advent. Mein Bizeps brennt. Ah ein bisschen Geld hier irgendwo. Ach. Ich hab nicht mit dem Heal gerechnet aber ich hab nen Kill. Ach. Wamp die beide daneben. Ja. Hurensohn. Jawoll. Hurensohn. Jawoll. Der Bandfahrt fahr richtig gut. Und Lukas, erzähl mal was. Schon lange nix mehr erzählt. Ich glaub, die Gamma geht's beide auf der S rum oder wie. Ja. Lieben sich da. Ja, weil sein Beats echt flammt. Fuck, wie soll ich mich hier erst geflasht? Ah, ich hab ja von ihm Flash und X vertauscht. Fuck. Ich weiß noch gar nicht, wie ich ihn geflasht. Lukas, noch da? Was? Ja, ja, ich bin da. Lass mal auf TS gehen, ich glaub, der meint... Ja, es hat damit nix zu tun, Wampi. Wenn's nicht geht, geht's nicht. Wampi glaubt. Wampi glaubt viel, wenn der Tag lang ist. Wann hat Wampi den Glauben entdeckt? Dann müsste ich meine Mutter fragen, ich sei eher der Typ für. Deine Mutter müsste ich mal konvertieren, eigentlich. Ich will wahrscheinlich jetzt sogar erfolgen. Ja, das mach ich. Die glaubt doch an Cham Trails. Dum 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 dum. Sag mal, Theo, sieht eigentlich deine Mutter immer noch so gut aus. Ah, total. Alter, Ricardo, Theo, seine Mutter hat echte Bichtüten. Ja? Kühlschrank. Kühlschrank. Hehehehehe. Der Wampi, Alter, da. Na, ich schau mir gleich mal die Skype, eh, die, die Einstellung an. Das kann ja nicht sein. ja Elfstlöden enemy ah stirbt doch Scheiß Evelden ah fuck it ich bin zerrondet bei Enemies Überraschung hallo ob man da Wampi ja ja wir hören dich ja laut und deutlich ich komme nach der Runde mal und dann gucken wir uns das mal an das ist härter als der Event das wäre viel besser als als das Event das Event ich glaube ich gehe mal zurück das war alles geplant ja ich hab drei Kills ja ich hab drei Kills ich hab den Temo grad mal ein bisschen runter gebürstet als ich den Pussy gedrückt hab oh man ich hab soo Muskelkater man ja ja weil der Bizeps brennt das war härter und sehr hart ja woopi 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 echt mhm wer klickt da wie ein Irrer mein Bizeps brennt mein Bizeps brennt ah Pilz Pilz nur für dich Tio pfh blinded und dann kam der Temo der Penner ist glöd dumme ich habe den Sleeve w encuentroff du ihn Keine Ulti, hast du Ulti-Fake machen wollen? Nö, ich dachte wir gehen voll rein, N-Gage mäßig und so, aber Bumpy hat gekuscht. Das war natürlich gut, Bumpy. Wie er in Spinnform geht und das Ziel wieder zurückzieht, war er mit Co-of-Million. Oh Mann. 0-4 läuft gut, läuft gut. Ja, aber auch viel. Ja, das viel ist ja auch mega immer. Gerade auf so ner Map. Und dann hören wir mal ein A-Pish oder die Leiste. Du bist einfach kein Trünn. Du bist einfach kein Trünn. Ich hab aber schon 2 Assists. Ich hab 6. Pfff. Der war gut. Der war gut. Und das war gut. Der war gut. Ich hab den Schroben. Ja, ich krieg natürlich die Ulti alles ab. Nein, ich hab kein Igglein mehr draufbekommen. Das war's mit meiner Malabäude. Ja, aber warum willst du dir auch kein Stab der Zeit, alter, alter. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. Der dodged mit dieser. Alleine die Tunnel hinten, alter. Was war das denn vom Temo? Der Wampi bittet um Hilfe. Na klar, dass sie da ist. Der Dünger. Ach, jetzt stirb doch einfach. Danke. Lecher kannst du nicht Ulti einfach machen? Ne, es wird gecancelt, wenn ich detect werde. Sicher? Mh. Oh, das ist doch. Ich spiel den Chat, wir noch mal in diesem Beserker. Wer ist OP? Oh mein Gott, ich muss ihn spielen. Mh. Ja, das hab ich mir im Aram gedacht, ich muss ihn jetzt erst mal picken. Ja. Das war meine Intention, ja. Du hast so lange geworfen, dass er in dieser gepickt wurde. Das ist so nix anderes. Du hast einen Würfelkredit bei Riot aufgenommen. Wampi, Wampi. Alter war das knapp, hast du es gesehen? Wampi. Fast hätte ich dich noch wetten können. Hahaha. Das ist doch ein richtiger Madin, Alter. Echt jetzt? Ja. Ich hab sie noch erwischt, nice. Ah. Wampi, ey. Ich hab den Mega Assist kassiert. Da kommt noch was Unsichtbares. Oh. Null. Weg. Sein B-Zip. Das ist doch nicht mein Aufwand. Oh, ja. Sven ist stark. Ich geh dann mal. Ah, fuck jetzt. Aber noch Evelin. Sven hat letztens verlauten, dass du eine hässliche Nebel kriegst. Ist so. Tiro wollte erst was sagen, weil er sich noch auf angesprochen gefühlt hat. What? Ja. Natürlich, Mike. D-d-d-d-d. Wampi, kennst du diese Forest? Ja, kommt was Unsichtbares. Ja. Ja. Jetzt versucht er mich zu konvertieren in das Spiel zu spielen. Jetzt. Mein armen kleinen Bruder. Mike, verdirbt nicht die nächste Generation. Ja. Easy. Wie Mike flutte. Jawoll. Juhh. G-G-G-G-G-G-G-G-Wampi. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Yeah. Ja, das ging auch voll auf mich drauf. Ricardo vergewaltigt wurde. Einfach sein Loch hingehalten, oh mein Gott. Das war traurig. Immer dieses Noob-Team, weißt du? Temo-Pilz erstmal überall hin. Ach ja. Das war ganz klar mein ne? Ganz klar. Ganz klar also. Hm. Woh. 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 Ah, die Syndra, ey. Da war der fucking Wampi, wa? Aber der Temo kommt an und wills wissen. Wie skaliert der Schuss, Lukas? Hm? Wie der Schuss skaliert. Ja, 1-0. Worauf, AP, AD? Ja, mit AP. Ist ganz lustig. Oh fuck, kann der Bizeps brennen. Das ist quasi das jetzt brennen. Mit der Bizeps brennen. Oh je, wie das hier drüber sieht man halt. Skaliert der komische, dieser Drehschlag auch mit AP? Ne, ne, es skaliert nur die Kuh unter der Erde mit AP. Boah, der Flash. Ja, ich hab, ich dachte, bevor ich jetzt wieder die Kugel abkriege. Nie, es ist 9-10. Da ist der Tio da drin. Gibt es mal die Kugel abkriegen? Ich dachte, was ich nicht abkriegen kann. Niemals! Verdammt. Ne, wie meine Füße frieren. Ich weiß nicht, also ich gehe nicht auf TS, vielleicht gleich. Ich mache mir gleich erst mal Essen. Ich schaue mir gleich mal an, was das bei Vampy im Skype ist. Und der Zeit könnt ihr dann ja TS gehen. Ich schubbel vielleicht gleich mal ein. Ja? Mach dat. Aber kommen wir dann noch nicht an das Fenster? Der wird aber brennen. Was ist das da drin? Das und der brennen. Ja, so richtig zugesagt eigentlich. Ist das. Mach her, dann ist der auch. Sei wie selbst brennt. Ha! Der vergewaltigt wird! Der kleine Fakt. Ah, daneben. Ah, trotzdem tot. Trippelkiss. Aber irgendwie... Sneaky, sneaky! Oh Mann, ich mag nicht mehr schliessen. Ach, ich guck mal kurz. Wenn wir mit der Vampy, wenn wir nicht für Einsamung stirbt. Nee. Oh, da musst du männlich reingehen. Was machst du denn? Ich bin gern drin, da mehr. Komm mit. Oh, Lappen! Weißt du, männlich muss er da rein stürmen. Na sowas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt waren wir da. Ach, Pilz. Alter, ich hab E mit O vertauscht. Ich hab ne E-O-Schwäche. Der Mike, Digga, wie er einfach stirbt. Lol, wieso bin ich einfach vergewaltigt, ey? Ach, der hat mich selbst brennt, Leute. Ich bin halt viel zu gut gelaufen. Die? Ja. Ja. Ach du, gelaufen. Was musst du essen? Ich hab dämliche Hähnchenbrust geholt, ey. Die muss ich klein schneiden, ich hasse das. Ich hab kein... Oh! Ja, ich sollte mir wirklich mal ein gutes Küchenmeißer holen, ey. Mit dem Daumen besser absäbeln kannst. Ja, wusstest du eigentlich, dass 90% aller Morde mit dem Küchenmesser wahrscheinlich das passieren? Nur 91% aller Hausmorde? Ja. Bumppi! Ich frag mich, ob ich das als Küchenmesser entwenden kann, ob er hier sie benutzen kann. Ich hätte so ein Ulti zenten müssen, aber... Dein Biceps brennt, Junge! 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 Es ist noch viel besser! Mhm. Ichsell interventions mit Landkreis кто kenne. Wenn euer Bizeps so hart brennt, darfst wir da nicht alleine falten. Alter der heilt sich ja so mega hoch Kann ich auch Kann ich auch Was ist ein besprecher Wann warum Ich glaube Ke אר Teufel Beleidung Ein bisschen mit Geist Für Freiheit Für Freiheit Die Freiheit mit Mit Which other? Na sooo Pils Ich bin tot, Leute, ich hab mich fürs Team geopfert, Twitch ist fast tot, er hat nur noch so 150 Leben, nur so nebenbei. Ach, ihr seid alle tot, ja, good job, Team. Ich hab mich fürs Team geopfert, alleine. Ich, ich weiß. Ja, lappend, Alter, ganz im Ernst. Also, ihr macht das ja wieder... Also, der Dülcher, ne, der Dülcher-Mechanics, Alter. Die Dülcher-Mechanics sind real! Oh, man, ihr seid doch fast, Alter. Ich finde, drin wär von drei Leuten angeguckt, alle Stimmen ging klar. Mit den Mechanics, ob wir die Damage haben. Da sind drin, da sind Leute, ich hab das Wort. Hahahaha, easy. Oh, man. Oh, man. Hat sich outsmarted, alles kann ich. Twitch-OP. Gibt's eigentlich ein Team noch? Team Athen? Äh, ja. Wollen wir tatsächlich immer noch um die Dreckskinder? Ja, vor dem Kiez. Vor dem Kiez, Alter, wir interessieren die scheiß Kinder. Garde! Ich glaub, von mich fürs Team, Team! Ulti's an. Mein Biceps brennt. Ich bin auf der Block. Ja! Gut Fotze! Ja, also, drei Leute weggelockt. Non, 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 non! Nachher da nochmal. Ja, also Team, so geht das nicht. Hahahaha, bei der Ball ist es schnell, eigentlich ist damit keine Sorge Leute. ich bin heute richtig die gedanken sind die ström ich bin da bitte glöte glöten leuten leuten ein erst in der ddb das kann ich auch wird das Wampi alleine aber egal wenn wir ein Bizeps da wollte sie durch Kuh cool der hat ein Frettchen wie mega ist das denn? da ist ein Temo aaaaaaah kapable ich sag gar kapable, Entschuldigung Wompi, ey, das Wompi-Plays irgendwie tot ah, das Wompi-Plays aaaaaaah, Mike ist er kennt ja nicht mal Sonja geile Schlampe, sagt er ja eigentlich kleine, aber ok versteh ruhig was du verstehen willst so ich müsste mir ein Sönjas kaufen, sagst du? Sönjas, ja Sönjas 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 Söhren der Huren, Sönjas da ist ein Trünn, unser AP-Trünn ist wieder da I got this I got this vor dem Keeps vor dem Keeps ist der 2-Kreis oooh die Kombos er hat jetzt alles abgekriegt mach doch mal hier die Minions ich hab sie mhm, aber ich habe auch nicht so groß was ist nicht so groß? es ist auch nicht so groß ok ja, wie gesagt, lass uns nicht mal so während ich dann mein Essen mache und so dann guck ich es mir mal an ja, aber es ist halt es ist halt noch eine Alpha und da kommen halt neue Versionen immer raus jetzt momentan ich weiß, du musst schon eine aktuelle Version nachgucken ok sonst kannst du immer wieder nicht vergleichen ich hab's beim Gronkhart gesehen da dachte ich mir, ok, das gefällt mir nicht ganz gut hab ich's mal angespielt, das war eigentlich richtig gut ok das ist halt ein bisschen so wie Minecraft, du kannst halt du bist halt beim Flugzeugabsturz, bist auf so einer Insel mit Kannibalen gestrandet ach, das Game ja, kann man ja, kann man magst du es jetzt oder nicht? ich glaube schon ich bin der Meinung, ich hatte das beim Rieke gesehen, es war ganz witzig und denk dran, der Bizeps-Benz aber hardcore guck mal, dieser useless Dilcher, weißt du? der Dilcher zwölf Kills, richtig useless ja, du ist useless, weil du alle Klaus, du Fotze ich hab auch zwölf Kills ganz im Ernst und ich hab 31 Assists so wo steht 76 zu 68, ey der Lord Dilcher-Lord, guck ihn dir an ja, ja wo steht Pink Team Pink Team Pink Team Hinten da und schon Putt machen warum spielst du nicht Full Tank, das wär witzig hahaha, ist da tot hahaha Full Tank wär einfach langweilig ich mein, so haben wir alle Spaß ne, nicht wirklich nein, mein Bizeps brennt Sonja ist noch nicht ready wie ist denn der Bauer so schnell, alter der Satan ja, weil er sie unsichtbar gemacht hat der True Cry brennt, ich guck ihn dir an der True Cry brennt ach ne er ist ihm die Sicherung durchgebrannt Gründermeer, Fluss Aram, Spaß ist gleich Spaß ist so oh er war unsichtbar war ich hatte immer noch oh los ah, Vampy macht halt die Vampy mit den Krill klautert der Reude gebastelt der Vampy russ ja der Vampy das war wichtig das war wichtig ich kann nicht mehr pingen jemand anders muss ihn pingen was pingst du denn da schönes? du bist so behindert, ne? da muss er noch oh, mein Bizeps brennt Jungs Jungs ja, ich seh schon ja, stopp ne da brennt auch dein Bizeps Jungs Jungs, ich hab das ich muss sterben ich kann mir Litch Bank kaufen ihr schafft das zu viel ich glaub ganz fest an euch wenn nicht äh, Vampy und Schöne haha F*** Service jetzt so'n Sonja guck dir den Bizeps an wie er brennt find ich weg nur auf dort nur auf dort oder, ne? Blatt auch K, Blatt, ist auf K Alksack der Leib Treffer da war vorsehen aaaah der Löcher euch geht halt ich mag dein Bizeps ist von so was von nicht jungs haha nein schade ich hab Litz prent, warum seid ihr tot? ricardus bizeps brennt aber da kommt noch irgendwas unsichtbares an sagen wir mal jetzt will ich fokuss zu halter probiere ein game twitch twitch ist immer gut wo so unser er spiel macht er hat er steht da hast du gerade gespawnt was er war wie also ich wollte ja etwas irgendwas ist dazwischen gekommen gut ricardo Ja, gleich. Komm auch, krass. Da war der hohe F. Zwei für einen. Da. Ah, da ist ein Temo. Ist er weggelaufen? Der hat einen Pilz gelegt. Bamm. Armer. Alter. Also, Lukas, dein Bild verbietet. Ich hab euch die Information gegeben. Macht was draus. Mach ihn kalt! Ich bin einfach gelaufen. Das ist das Event. Mein Bild selbst bringt. Ah, ja. Keine Sorge zu, ich hab ihn getötet. Ja. Hast du gesehen, wie begeistert er davon ist, Ricardo? Ja. Ja. Geile Sache. Das er ganz schön kippt ist. Ich bin halt echt der Trolle Glaude. Merk dat schon. Okay, hier ist keiner Team. Wir haben Oracle Team. Okay, hier ist auch keiner Team. Hier ist kein Oracle, äh, kein Pilz. Es ist hier ein Pilz. Das. Huah. Huah. Hermann. Wir sind Schrom's Team. schnell! Guck mal hier. Wir sind keine Team. Da ist ein Pilz, jetzt ist er nicht mehr da. Und hier ist ein Schrom, da ist ein Schrom. einer hat er her, Gott. Boah, Maik, geht enraged. Andrea, Ricardo. Nice try, Tio, nice try. Ja, musst du sein. So, Dilcher, ich hab 15 kills, und du? Ich hab ein Dreieck in der Base. Erstmal Dülcher, richtig. Ja. Der Dülcher. Mit 38 assists, ne? Possibly. Vlad AFK. Easy. Ich würd sagen, ich hab 15 Tode. Haha, hat's immer Maik zu easy schreiben. Nein, ich hab dich nicht strafbar gemacht, ich hab eh alles geschrieben. Ja, er hat geschrieben, eh, fuck. Yes. Haha, ja, genau. Das stimmt allerdings. So, gib mir mal ein Video, Maik, oder? Ja, I don't miss me. You can call me the king on the ruler. Phelan on base, get a horse and a mic. We're getting 20% cooler. We had a great day out. Calling my name like Ferris Mueller. It's time to wrap this up. We're getting 20% cooler. Yeah. Yeah. It's time to wrap this up. Aaaand, yeah. It's time to wrap this up.